Steak oder Gemüse? Das ist für viele vor allem eine Geschmacksfrage. Man kann das tägliche Essen aber auch ganz anders betrachten, zum Beispiel nach seinen Auswirkungen auf die Umwelt. Das untersucht man mithilfe von Ökobilanzen. International werden sie Lifecycle Assessment oder kurz LCA genannt. Bei einer Ökobilanz verfolgt man den vollständigen Lebensweg eines Produktes. Beginnend bei der Herstellung, über die Nutzung bis zur Entsorgung berechnet man seine Auswirkungen auf alle Bereiche der Umwelt. Einige der Auswirkungen, die die Herstellung von Lebensmitteln auf Wasser, Boden, Luft und Klima hat, kann man an einem Steak gut nachverfolgen. Bevor das Stück Fleisch auf dem Teller liegt, frisst ein Rind große Mengen Gras, Getreide, Mais oder auch Sojabohnen. Für deren Anbau wird Boden genutzt. Um die Felder zu bearbeiten, benötigt man Traktoren, die wiederum mit Diesel betankt werden. Hier wird Energie verbraucht und es werden Abgase erzeugt. Der Bauer düngt den Boden und spritzt Pflanzenschutzmittel. Auch das schlägt bei der Berechnung der Ökobilanz eines Steaks zu Buche. Für die Herstellung und Verwendung der Mittel werden Rohstoffe verbraucht. Außerdem entsteht dabei auch Lachgas. Dieses zählt zu den klimaschädlichen Gasen. Und noch ein klimaschädliches Gas entsteht bei der Rinderhaltung, Methan. Es bildet sich bei der Verdauung, wird von den Tieren ausgeschieden und gelangt so in die Luft. Um ein Kilogramm Rindfleisch zu erzeugen, benötigt man 15.000 Liter Wasser. Ein Steak wiegt ungefähr 200 Gramm. Das bedeutet, dass 3000 Liter Wasser verbraucht werden, bis dieses Stück Fleisch fertig auf unserem Teller liegt. Zum Vergleich, ein Kilogramm Möhren kann man mit nur 131 Liter Wasser herstellen. Der Teller Gemüse hat bei der Herstellung also nur knapp 30 Liter Wasser beansprucht. Nicht jedes Stück Fleisch hat die gleiche Ökobilanz. Ihr Wert hängt zum Beispiel davon ab, ob das Rind ökologisch oder konventionell gehalten wird, ob das Fleisch aus der Region kommt oder über weite Strecken transportiert wird. Die Verpackung des Steaks spielt genauso eine Rolle, wie die Frage, ob es frisch oder tiefgekühlt gekauft wird. Und auch, wie lange es noch im eigenen Kühlschrank liegen bleibt. Wer mit dem Auto weite Strecken zum Einkaufen fährt, verschlechtert ebenfalls die Ökobilanz des Steaks. Sogar die Entsorgung der Abfälle des Steaks ist in einer Ökobilanz enthalten. Schließlich geht es um den gesamten Weg des Fleischstücks. Es sind also sehr viele Faktoren, die in der Ökobilanz eines Lebensmittels zusammengerechnet werden. Es gibt aber auch Berechnungen, bei denen nur einzelne Bereiche der Herstellung eines Lebensmittels betrachtet werden. Wer wissen möchte, wie viel klimaschädliche Gase bei der Herstellung eines Kilogramms Nahrung entstehen, der berechnet das CO2-Äquivalent bzw. den CO2-Fußabdruck. Wieder wird ein Produkt, zum Beispiel unser Steak, über seinen ganzen Weg hinweg verfolgt. Diesmal achtet man aber nur darauf, an welchen Stellen welche Mengen klimaschädlicher Gase entstehen. Darunter fallen neben Kohlendioxid auch Lachgas und Methan. Damit man die Mengen der unterschiedlichen Gase addieren kann, wird ihre Schädlichkeit mit der von Kohlendioxid verglichen und in dieselbe Einheit umgerechnet. Diese bezeichnet man als CO2-Äquivalent. Es wird in Kilogramm angegeben. Ein Kilogramm Rindfleisch hat ein CO2-Äquivalent von 20 Kilogramm. Ein Kilogramm Gemüse dagegen eines von nur 0,15 Kilogramm. Wer wissen möchte, wie viele natürliche Rohmaterialien in einem Lebensmittel enthalten sind, der berechnet den ökologischen Rucksack des Produkts. Hierbei wird der Verbrauch zum Beispiel von Hoden, Wasser und Luft addiert und das Eigengewicht des Produktes abgezogen. Gemessen wird in Kilogramm. Zum Vergleich, ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht 17 Kilogramm Natur, ein Kilogramm Gemüse nur 1,4 Kilogramm. Man kann auch berechnen, welche Fläche man benötigt, um ein Lebensmittel zu erzeugen. Der gesamte Verbrauch an Energie und Boden wird dann in Hektar umgerechnet. Diese Methode wird ökologischer Fußabdruck genannt. Der ökologische Fußabdruck eines Kilogramms Rindfleisch ist zehnmal so hoch wie der derselben Menge an Gemüse. Egal, welche Rechenmethode verwendet wird, wenn es um die Auswirkungen der Herstellung der Lebensmittel auf die Umwelt geht, schneidet das Steak immer deutlich schlechter ab als das Gemüse. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020